Hey Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück hier zu Halo Reach. Wir sollen hoch verteidigen. Ich würde sagen, machen wir das mal. Geiles Sniper hier am Start. Übrigens danke für die ganzen Daumen nach oben der letzten Folge und für die ganzen netten Kommentare. Hat mich sehr gefreut. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Was haben wir noch am Start? Sturmgewehr, nice. Aber ich würde hier gerne das Alien-Ding mitnehmen. Gefällt mir. Oh shit, Alter. Hier ist einiges los. Ganz genau, null Munition dafür. Sie haben keinen Kontakt, Swartons. Mann am Boden! Ganz schön hartnäckig hier. Holy shit, Alter. Bin ich den Gabelstapler fahren? Ich will meine Knarre wieder haben. Gib mir meine Knarre. Alles klar. Jetzt heizen wir den ein. Ist das ein fucking Unsterblicher? Jetzt nicht mehr. Ja. Ich gebe mir Mühe. Ich finde es cool, wie die Gegner sich verhalten. Hm? Gar nicht mal so dumm, die Dudes. Okay. Okay. Okay, die Waffe überhitzt. Das habt ihr mir zu verdanken. Ich bliefe sie auf dem Weg. Schwerzentrale. Sehe Zielsuche. Gibt es Artillerieunterstützung im Gebiet? Begrenzt, aber wir priorisieren für Sie, Mann. Die Sniper ist echt nicht verkehrt. Was ist denn das hier? Sprint? Was? Die Sniper ist unverwundbar, wenn aktiv. Das ist unverwundbar, wenn aktiv. Runter von meinem Rasen. Alter, jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, nicht zu rennen. Ja, ich bin verrückt. Was? 3-Echo-5-7 kommt zurück zur Basis. Aber wir werden verfolgen. Hören Sie! Was? Ich muss das mitnehmen? Drei, Echo 5-7 kommt zurück zur Basis, aber wir werden verfolgt, hören Sie! Oh damn! Sechs, nimm den Zielsucher für den Ring! Hälte mich, bist du dran? Vorsicht, Sechs! Unschlagbar! Nice! Alles schon echt geil gemacht, Alter! Alles klar, auf geht's! Was soll schon schief gehen? Okay, geh zur Kanone! Registriere eine Energiefälle, wir sind nah an der Flak dran! Okay, was bedeutet nah? Kann ich da hoch? Die Antwort ist nein! Oh shit! Oh shit! Wir hatten eine scheiß Panzerung, der Dude! Schaltet ihn aus! Alter Falter! Wir müssen sie alle besiegen! Dort drüben ist die Flak. Da sollte irgendwo ein Nullset-Knopf sein, mit dem man sie angaben kann. Da sollte irgendwo ein Nullset-Knopf sein, mit dem man sie angeln. Da sollte irgendwo ein Nullset-Knopf sein, mit dem man sie angeln. Das ist ein Nullset-Knopf sein, mit dem man sie angeln. Oh shit! Radio Quark! Oh τι! Alles klar. Dhydradiv recommended. Aber Maurierushain schめて sie leiden. Dann war siefor mal. Die K año τοremaster ging, mit dem wir gleich warg. Der Kandler kann ich gebanseet. Okay, nicht rennen. Semi, nicht rennen. Holy shit, Leute. Ich finde es geil, dass es nicht so easy ist. Komm ich mit der Waffe hoch bei dem durch? Angranaten sind gut. Ich nehme mal das Sprintteil, sonst drehe ich durch irgendwann. Okay, wie komme ich denn da hoch? Hier gibt es bestimmt irgendein total obviers Eingang. Ich bin dabei. Ich bin doch dabei. Da ist der obviers Eingang übrigens. Keine Munition. Alter Verwalter. Das ist ordentlich. Aber das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Und wenn ich die Scheiße aus ihm rausprügeln muss. Goodbye. Gut gemacht, Spartans. Jetzt zur Fargate-Station. Bringen Sie die Funkanlage in Gang. Spartans, Schwerzentrale hier. Dachten, Sie bräuchten etwas mobile Feuerkraft? Immer doch. Nimm den Warthog. Thanks. Alles klar, nice. Ich bin am Geschütz. Nehmen wir Cat mit. Alles klar, weiter geht's. Ich muss ehrlich sagen, hier passiert deutlich mehr als ich dachte. Nice. Alle Teile von Halo so sind, oder zumindest so ähnlich. Wir müssen die Funkanlage reparieren. Wir halten. Dann kann ich verstehen, warum die Leute das Game so feiern. Okay, hier geht's lang. Ich hoffe, der Generator der Funkanlage ist enttankt. Alles klar. Und los geht's, Leute. whatever. Fuck. 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 Alright, so weit so gut. So, das ist ganz was Feines, was wir hier haben. Weiß ich gar nicht, ob ich das wieder abgeben will. Okay. Okay. Die Munition sind voll. Aber es ist interessant gemacht, dass du hier den Sprint tauschen kannst gegen so ein Schild. Geschafft 6, die Funkanlage läuft. Schon imposant das Ding. That's what she said. Stryke, Noble 1 hier. Komm schnell nicht zurück zur Schwertbasis. Komm schon, Commander. 6, los geht's. Gut gemacht Spartans, zurück zur Schwertbasis. Der Rest ihres Teams kommt auch gleich. Bring diese Blechbüchse in Bewegung. Alles klar. Achtung, Noble. Allianz Corvette geht in Position. Cat, 6. Komm schnell her. Wir treffen uns drinnen. Zwei eliminiert. Alter, was haben wir da? Einen Photonenstrahl? Achtung. Hört bitte, kommt in diese richtigen Decke. Autsch. Hört bitte, kommt in diese richtigen Decke. mentre ständige Decke sind. Wiralfe denn jetzt nur goings auf dieAT lässt. K vibeyst wird jetztul яそれ 가. Ja, gut. Das ist so T-5. All right, all right, all right. Was nun? Wir stecken im Turmatrium fest. Cat, wo seid ihr? Öffnen gerade das Tor. Ey, du Arsch! Habe ich den genau auf dem Midi-Pack geparkt? Schafft mir das vom Hals. Mehr Ziele. Ich sitz hier fest. Bin bereit. Ziel ist verletzt. Wir stehen wieder im Schuss. Reife an. Dass sie alle so schildern, nervt mich. Aber es geht schon, Leute. Macht euch mal keine Sorgen. Ich sage euch, wenn es so weit ist, dass ihr euch Sorgen machen sollt. Ihr seid. Pflation. WDRiG-Packen. Und die nächste Seite... ...und er hat mir dannㅋ ...und er hat mir gemacht. Auch wenn wir auf dem aussehen! MDRiG-Packen-Jäuern oder ritter. MDRiG-För. Ingenieur. Okay, Leute, du. Holy smack! Ja, ich auch. Okay, am Rücken. Am Rücken sind sie verwundbar. Los, auf zum Atio, wir müssen durch das Sicherheit gerufen. Was ein Battle, Alter. Damn. Fuck. Aber wir kommen durch, Leute. Wo ist die Orbital-Unterstützung? Die könnte sie doch mit nur einem MAB-Geschoss ausschalten. Die Orbital-Unterstützung? Das gibt es bei sich aber. Es geht auf einen Nahkampfzug. Die Schnee sind gespürt. Hier drüben. Sechs, die Hohentilfe Mehl. George, sorgt dafür, dass er auch ankommt. Auf jeden Fall. Wir gehen rein. Die folgen uns? Nice. Gebiet gesichert sehe ich aber noch nicht. Das sehe ich aber noch nicht, Freunde. Ich bin jetzt noch mal ein bisschen Munition bekommen. Ich gehe rein. Ich klicke mich ein. Da. Da, ja. Maruzzo! Aramito! Das gefühlt mir besser als alles andere. Die Corvette macht Kleinhauts aus der Basis. Lagebericht, Nobel. Ich schaff's nicht allein. Ich brauche noch einen Sporten hier oben. Sechs, geh ins oberste Geschoss und hilfe Mehl. Alles klar, nichts leichter als das. Ich brauche noch die Grenade und wieder zuerst. Ich schaff's nicht. Ich brauche mich nicht. Ich brauche mich nicht. Ich brauche mich nicht. Okay, ich koche Muni. Dringend. Irgendwas. Der hat so ein Sch... Sch... F-ing Schild. Da. 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 Weiter hoch, Nobel Sechs. Nein! Ich bin auf diesem Planeten aufgewacht. Ihr könnt ihn nicht haben. Fuck. Ja! 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 Geht's ihnen! Ja! Ja! Dann darf ich nicht viel länger... Einer erledigt! Neue Position! Feuerfall! Scheisse ich ohne Waffe. Weitere겼�! Wie kann das sein, dass wir ständig Munitionsmangel haben? Kommander, noch eine Salbe von der Corvette übersteht die Basis nicht. Banschies ausschalten. Nach oben, Lieutenant. Die Longswords müssen in die Luft. Alles klar, Leute. Wie es hier weitergeht. Ob wir die Basis retten können und vieles mehr, das seht ihr in der nächsten Folge von Halo Reach. Bis dahin. Macht's gut. Hinterlasst mir übrigens gern nochmal Däumchen nach oben, nochmal Kommentare. Freue ich mich sehr drüber. Bye, bye.